Streng dich in der Schule an, schreib gute Noten, im Anschluss den Studiengang deiner Wahl und dann endlich im Traumjob mit gutem Gehalt. So stellen wir uns nach wie vor den klassischen Weg im Leben vieler vor. Ein relativ geradliniger und klarer Weg zu einem erfolgreichen Leben und einem guten Job. Aber ist das wirklich die Realität? Meiner Erfahrung nach absolut nicht. Für die meisten ist aber kurz vor Ende des Studiums immer noch nicht so richtig klar, was sie eigentlich beruflich oder grundsätzlich mit ihrem Leben machen sollen. Wie wir uns überhaupt unser zukünftiges Leben genau vorstellen. Es ist also überhaupt nicht so geradlinig und einfach, wie man sich das vorstellt. Und das liegt vor allem daran, dass wir so von Schritt zu Schritt durchs Leben stolpern. Und das fängt nicht erst im Studium, sondern schon deutlich früher in der Schule an. Während des Abiturs sind die meisten von uns noch super weit weg von der Realität des Arbeitsalltags und machen sich stattdessen nur Gedanken um das Hier und Jetzt. Das Problem ist jetzt allerdings, dass wir trotzdem schon in der Schule die Weichen für unser späteres Leben stellen müssen. Denn die Noten aus dem Abitur bestimmen beispielsweise, welche Möglichkeiten wir nach der Schule haben und was wir grundsätzlich im Anschluss machen können. Ist dein Schnitt überhaupt gut genug, um an einer Uni zu studieren? Und kannst du damit an der Uni studieren, an der du auch studieren möchtest? Oder kannst du mit den Noten die Ausbildung machen, die dich wirklich interessiert und die du eigentlich machen möchtest? Das Problem sind jetzt aber nicht nur die Noten, sondern auch die Frage, was willst du überhaupt machen? Ich war selbst in genau dieser Situation, mit einem eher unterdurchschnittlichen Abitur und absolut keine Ahnung, was ich beruflich werden will. Und trotzdem musste ich natürlich überlegen, was ich jetzt als nächstes machen soll. Soll ich vielleicht studieren? Oder doch lieber eine Ausbildung machen? Oder ein Jahr im Ausland? Ich habe mich dann dazu entschlossen, ein Jahr lang Pause zu machen und in der Zeit ein paar ungelernte Berufe zu machen und so zu schauen, was mich überhaupt irgendwie interessiert oder was mich vielleicht auch nicht interessiert. Und dieses eine Jahr, in dem ich teilweise in einem Paketverteilzentrum gearbeitet habe, was super anstrengend und gleichzeitig super langweilig war, oder in den anderen Jobs, wo ich auch so Nachtschichten machen musste und all sowas, da habe ich gemerkt, studieren klingt schon deutlich besser. Und genau damit kommen wir jetzt auch wieder zum eigentlichen Problem. Ich habe also angefangen zu studieren und musste mich dafür erstmal für einen konkreten Studiengang entscheiden. Und genau hier liegt das eigentliche Problem an diesem geradlinigen Weg, den ich am Anfang beschrieben habe. Denn die Wahl des Studiengangs ist für die meisten extrem schwierig. Mittlerweile gibt es über 1000 Studiengänge an Hunderten von Hochschulen und sich dazu entscheiden, ist eigentlich fast unmöglich. Aber gleichzeitig muss man sich die Frage stellen, warum fällt uns das eigentlich so schwer? Ich meine, natürlich gibt es viele Studiengänge, aber man sieht auch im Detail, worum es genau geht und was man Semester für Semester lernt. Wenn du also weißt, was dich interessiert und was du lernen willst, dann ist die Wahl eines Studiengangs trotzdem eigentlich relativ einfach, oder nicht? Wenn ich schon so drauf frage, wahrscheinlich eher nicht und die meisten haben es ja auch selbst auch schon durchgemacht. Es ist gar nicht mal so einfach. Denn die eigentliche Frage, die wir uns für das Studium stellen müssen ist, was sind eigentlich meine Interessen? Entweder wir begeistern uns für nichts so wirklich oder haben einfach grundsätzlich gar keine Interessen. Oder wir haben keine Interessen, die irgendwie mit einem Studium oder mit der Uni zusammenhängen. Und dritte Option ist dann auch, dass wir vielleicht sogar zu viele Interessen haben und deshalb keinen konkreten Studiengang wählen können. Aber okay, der dritte Fall, dass man eher zu viele Interessen hat, ist wahrscheinlich eher selten und die Ausnahme. Deshalb lassen wir das gerade mal außen vor. Stattdessen ist es bei den meisten so, dass wir einen Studiengang wählen müssen, ohne konkrete Interessen zu haben, die sich irgendwie im Studium widerspiegeln. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass alle Studiengänge uninteressant oder irrelevant sind, sondern einfach, dass wir in den bisherigen Erfahrungen und die Sachen, die wir bisher im Leben kennengelernt haben, nicht wirklich viel mit einem Studium zu tun haben. Denn in einem Studium lernt man Sachen nun mal sehr theoretisch, sehr abstrakt, Konzepte eher. Und das ist nicht etwas, was man jetzt bisher in der Schule oder in seiner Freizeit irgendwie kennengelernt hat. Das nächstbeste, was wir also machen können, ist sich in dem Moment, kurz vor dem Studium, hinzusetzen und zu überlegen, was klingt denn einigermaßen interessant und bietet vielleicht auch entsprechende Berufschancen und dann das zu wählen und hoffen, dass man damit richtig liegt. Und ob das wirklich der Fall ist, zeigt sich eben erst nach dem ersten oder zweiten Semester. Und übrigens brechen in vielen Studiengängen bis zu 50% der Bachelorstudenten das Studium auch wieder ab, was ganz klar zeigt, dass viele beim ersten Mal nicht direkt die richtige Wahl treffen. Und genauso musste ich mich auch für einen Studiengang entscheiden, ohne konkrete Interessen zu haben und auch ohne einen konkreten Beruf für später im Sinn zu haben. Ich habe dann im ersten Schritt meiner Recherche geschaut und erkannt, dass ich Wirtschaft eigentlich ganz interessant finde. Dazu kam, dass ich schon seit meiner Kindheit immer super viel am Computer gesessen habe. Zwar habe ich da in erster Linie irgendwelche Computerspiele gespielt, aber trotzdem hatte ich eine gewisse Affinität zum Computer. Als ich also genau diese zwei Aspekte und die zusätzlichen Berufsaussichten zusammengeworfen habe, kam bei mir Wirtschaftsinformatik raus. Aber immer noch, ohne eine konkrete Vorstellung für einen späteren Beruf zu haben. Und ich habe mittlerweile schon mit einigen Studenten geredet oder geschrieben und es gibt wirklich Tausende, die genau in dieser Situation sind. Nicht nur vor dem Studium, sondern auch im Studium und teilweise sogar nach dem Studium wissen viele immer noch nicht, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Man hat sich zwar für einen Studiengang entschieden, aber das heißt noch lange nicht, dass damit alles klar ist und der Traumjob nur noch um die Ecke ist. Und falls ihr zwischendurch mal von Leuten hört, die diesen Radlinien nur einen klaren Weg gegangen sind, das heißt Schule, Studium, Traumjob, dann ist das entweder die glückliche Ausnahme oder ganz einfach gelogen, weil es sich besser anhört. Denn es ist nun mal so, dass die meisten weder nach dem Abi noch im oder nach dem Studium so richtig wissen, was sie eigentlich machen wollen. Aber ganz ehrlich, ist es nicht irgendwie voll verrückt, dass wir ohne genauere Idee einfach immer weitermachen, Schritt für Schritt und hoffen, dass wir irgendwo auskommen, wo es uns auch wirklich gefällt? Ich sage auch gar nicht, dass das schlimm ist, denn wenn wir so lange warten würden, bis wir wirklich eine klare Vorstellung haben, dann könnten wir in den meisten Fällen wahrscheinlich sehr lange warten. Durch die Wahl beispielsweise eines Studiengangs haben wir zumindest ein paar Einschränkungen, um so irgendwie in gewisser Weise voranzukommen. Trotzdem finde ich diesen Gedanken, dass wir eigentlich so gar nicht wissen, wo wir wirklich hinwollen, super komisch. Als würden wir beispielsweise in einer komplett dunklen Umgebung wandern und hoffen, dass wir in die richtige Richtung laufen. Was ich mit all diesen Punkten im Endeffekt einfach sagen möchte, ist, dass das Studium für die meisten bei weitem noch nicht der Punkt ist, an dem endlich alles klar ist und man einfach nur kurz vorm Traumjob ist. Deshalb, falls du auch in der Situation bist, wo du studierst, wo du in der Schule bist oder eine Ausbildung machst und trotzdem nicht so richtig weißt, wo es eigentlich hingehen soll, dann sei beruhigt, denn das geht eigentlich fast allen so. Für mich und viele andere Studenten ist das Studium eigentlich nur der nächste Schritt auf der Suche nach einem Leben, das uns Spaß macht und das uns erfüllt. Ob das aber wirklich der Fall ist, ist im Voraus noch lange nicht ersichtlich. Und das Problem ist, dass viele durch diese Ungewissheit eine Art innerlichen Druck verspüren oder eine tickende Uhr ganz hinten hören, die einen so ein bisschen unter Druck setzt und sagt, hör mal, es wird langsam Zeit, dass du dich entscheidest, damit ich weiß, wo es hingeht. Dass wir uns endlich mal festlegen sollen, damit diese Ungewissheit endlich weg ist. Und genau diese Ungewissheit ist für die meisten Abiturienten, Studenten, Auszubildenden ein treuer Begleiter im Alltag. Aber keiner, den man wirklich dabei haben möchte. Eher so ein Kumpel, den man eigentlich gar nicht eingeladen hat, der trotzdem einfach gekommen ist und den man jetzt nicht mehr los wird. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, was das Ganze angeht. Berufe, Studiengänge, all das ist nicht mehr so klar getrennt, wie es vielleicht früher noch der Fall war. Beispielsweise gibt es tausende von sogenannten Quereinsteigern, die zwar was anderes gelernt oder studiert haben, aber letztendlich einen Beruf machen, der gar nicht direkt irgendwas damit zu tun hat. Natürlich ist das Wissen, das wir im Studium lernen, in Jobs, die direkt mit dem Studium zusammenhängen, auch sehr hilfreich. Aber teilweise, wie im Beispiel der Quereinsteiger, nicht zwangsweise notwendig. Heutzutage kann man mit den Möglichkeiten im Internet eigentlich in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Informationen nachschlagen, lernen. Und deshalb geht es gar nicht mehr so unbedingt darum, was genau man jetzt im Studium gelernt hat. Oftmals geht es mit dem Studium vielmehr darum, dass man eine gewisse Art von Lernbereitschaft, von Selbstdisziplin, Organisation, vielleicht auch problemorientiertem Denken, all sowas nachweisen kann. Und seitdem mir dieser Punkt bewusst geworden ist, nämlich, dass wir trotz der Wahl eines Studiengangs auch im Nachhinein oftmals noch die Möglichkeit haben, eine leichte Kurskorrektur vorzunehmen, bin ich diesem treuen Begleiter der Ungewissheit einigermaßen losgeworden. Natürlich ist die Ungewissheit immer noch nicht komplett weg, denn es ist auch nach wie vor nicht hundertprozentig klar, was beispielsweise ich später machen möchte. Vor allem, weil diese ganze Social-Media-Geschichte hier dazu gekommen ist. Aber was ich losgeworden bin, sind die Sorgen, die mit dieser Ungewissheit zusammenhängen. Denn überleg mal, wie das Gegenteil aussehen würde. Diese Ungewissheit werden wir nur komplett los, wenn von vornherein alles klar wäre und alles festgelegt wäre. Und ich persönlich finde, dass diese Einschränkung dann doch ein bisschen schlechter klingt, als die Ungewissheit, die mit der Entscheidungsfreiheit zusammenhängt. Deshalb bleib einfach weiter dran, sei gespannt, was das Leben als nächstes für dich bereithält und geh einfach Schritt für Schritt weiter. Und falls du dich dabei aktuell ein bisschen überfordert wirst, dann schau mal hier vorbei, da habe ich genau darüber geredet. Oder falls dir noch ein paar Begleiter auf deinem Weg fehlen, also echte Freunde, dann schau mal hier vorbei. Und ich wünsche euch wieder mal einen Hammer-Tag, macht das Beste draus und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.